Na dann, schauen wir mal was in diesem neuen Part von Beidos geht, uns so erwarten wird. Der Bleiche 11 und vielleicht nicht mehr heute, aber irgendwann am nächsten Part. Er hat das große Ziel, die Stahlwache auszuschalten. Gießerei, das wird spannend. Ja, in der Unterstadt aber du willst noch so einiges. So, wo geht's dann mit jeder Straße hoch? Ja, würde ich das mal versuchen. Okay, hier ist ein Lacklasser. Okay, was haben wir hier? Der was? Okay, das ist ein... Ich treffe es zu Hause und wir sollten vielleicht nicht reingehen. Ich befürchte da auf jemanden gewisses zu treffen. Oh, Daemon! Das ist ja fantastisch. Dann müssen wir in Karnach. Wir haben da was. Ich bin ein Glück. Aber da ist die Frage. Ich bin mal wundern, wo du rumst. Daemon! Die Gottes! Ich habe für dich überall nicht angerufen. Ich habe dir eine Wohnung für die Diabolists, überrascht. Aber du hast mich jetzt ge numb. Und es gibt etwas, was ich euch sagen. Oh ja, gut, zwei Dinge, gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Oh nein, gute Nachrichten bitte, mein guter Mann. Ich brauche nur noch ein Stück Infernal Iron, um eine Insulatingchamber zu erzeugen, die es möglich ist, für Karlik zu... Töch mich! Exakt! Oh mein Gott. Es ist wirklich passiert. Es hat so viel... Wir haben den Iron, lass uns das Ding machen! Hör auf! Ich denke, du möchtest auch die schlechten Nachrichten hören. Ja, sicher. Erstens, fix mich! Bitte! Okay, schlechte Nachricht. Vielleicht lassen wir reden, das geht richtig. Okay, dann. Ich freue mich nicht, das zu sagen, Karlik. Aber es gibt keine zwei Wachen. Dein Motor wird zu blöden und ich kann es nicht fixieren. Ich bin nicht sicher, dass niemand es kann. Es ist einfach zu heiß, hier in der Materialplanung zu existieren. Oh du Scheiße. Das Ding wird zu blöden. Schöner als später. Aber... Aber... Aber trotzdem, du kannst mir etwas geben, das mich wieder zu retten lassen, richtig? Sicherlich? Ja, aber... Das ist alles, was ich wissen muss. Mach es. Bitte. Ich habe da schon mal ein bisschen... Ich habe ein bisschen recherchiert, gerade nachdem ich... Schattenherz verloren habe, hier im Spiel, nachdem die gegangen ist, habe ich mal... Gründlich recherchiert... Gründlich mal... Nachgegolt, wie dann... Ob es dann... Gerade als wir das Schattenreich verlassen haben und Daemon... zurückgelassen hatten, wie wir glaubten. Jetzt haben wir ihn doch getroffen. Ich meine, ob das irgendwie möglich ist, ihn noch zu retten. Da habe ich nur genau das, was jetzt gesagt wurde, gefunden. Und es gibt zwei Wege, die will ich euch noch nicht spannen. Es gibt zwei Wege... Kalach... Doch noch zu retten. Keiner von denen gefällt mir. Keiner von beiden. Ja... Gebt ihm das Eisen, bringen wir es hinter uns. Also... Okay... Es gibt zwei Wege, die ich noch... Das sollte nicht lange dauern. Aber es hat noch andere hinten... Das ist noch ein bisschen... Es wird noch ein bisschen komplizierter. Es ist nicht einfach so, wie wir gehen nach Avernus und so. Das ist da... Das hat ein bisschen mehr Folgen... Die mir nicht gefallen. Du musst es selbst installieren. Das sollte den Trick machen. Und der andere Weg... Den werde ich wahrscheinlich wählen, aber... Scheiße... So... Hat es... ... funktioniert? Nur eine Weg, um es zu finden. Die Leute, die es schon durchgepült haben... Wissen, was ich meine... Welchen Weg... Welche Wege... Beschreibbar war... Ich will den Leuten, die es noch nicht wissen... Nicht nehmen... Das war... Oh, ein Kerl im Arm. Oh... Oh... Ich will den Leuten... Oh... ihre erste Umarmung, ihre erste Berührung mit anderen Personen seit hunderten Jahren. Ja, und dann sieht das schon wieder, die Spiegel, die Spiegel, die Spiegel. und ich glaube ihr ahnt es auch schon welcher welcher der zweite weg ist er wurde auch schon mehr oder weniger gezeigt am spiel dann müssen wir das unvermeidlich vermeidlich machen bis nachdem man das gerade auch ihr könnt wieder berührung das müssen wir feiern All this doom and gloom i have something far more exciting on my mind than this bloody tin box thanks daman really you've given me more than i could ever repay Es war mein Geheimnis, gute Glück, beide von euch, schau nach euch, okay? Das ist der beste Tag, der beste Tag! Ich werde nicht zurück nach Wandersprung, sonst geht es so hoch. Es wäre nicht für immer gegründet, einfach so lange zu gehen, bis wir eine Lösung gefunden haben, dann scheinen doch immer anders gemeinsam, aber wie das ihr lebt, respektiere eure Entscheidung. Hm, ja! Ja! Ja, die Leute, die ich kümmern, was heißt nur? Ja, nur, was heißt nur? Ja, kurz hin. Ich denke, ihr müsst nachdenken, bevor es zu spät ist, hat es doch gerade schon gesagt. Also gut, gerade auch schön, ich spreche hier nicht mehr davon vorerst. Seid so stur, das treibt mich in den Wahnsinn. Okay, ich spoile euch mal ein klein wenig. Oder nein, ich lasse es doch lieber. Ähm. Ihr wisst zwar, ihr wisst zwar klein wenig wenigstens. Da brauche ich euch nicht zu spät und. Ich werde es zu früh genug machen. Schwer des Liebensinstrucks. Wow. Klingt gut. Erbe den Meister. Wir haben kein Geld mehr. Und nichts zum tauschen. Sieben bis zwölf Schaden. Kann das irgendjemand hier... Nee, kann eigentlich keiner geworfen. Sieben bis zwölf Schaden. Obwohl sie nicht gegen die Waffe ist. Wenn keiner aus dem Schaden geworfen. Eine Rüstung. Mir wird zwanzig. Sieben bis zwölf Schaden. Ich weiß doch nicht. Das kann man uns vielleicht nicht holen. Ich weiß nicht. Warum nicht. Wir kommen irgendwann mit Geld. wieder. So wie geht es hier lang? 3.11 Gesang, da müssen wir auch noch irgendwann aufräumen, aber ich würde noch ein, zwei Level warten. Ich kriege noch die Möglichkeit. Lass meine Hinterrufe hier rein. Okay. Die Straßen erkunden in die freien, in schwarze Flächen vor. Die Flächen freizuschalten. Warte, wir können hier lang. Wir müssen versuchen wir da irgendwie mal, links ging es nicht weiter oder? Wir müssen was unten versuchen. Gibt es hier beim Teufel hinten lang oder? Unwahrscheinlich. Ich habe schon so eine Befürchtung, wer da ist. Ich werde trotzdem mal da reingehen. Ah, hier geht es eventuell weiter. Klopftopf. Teufelspreis. Zumindest mal reinschauen wollen wir. Mh, mh. Das spreche ich nicht da so lange. Riesig. Oh nein. Definitiv etwas mit diesem. Vertraue mir. Dann wollen wir mal sehen, was ihr zu bieten habt. Auf jedes Stück müssen wir ein Pappen und ein Pöverent eingehen. Rüppiges Weinrot. Sündiges Rot auf Pnochenweiß. Dritte Unsichtbarkeit. Ja, wir brauchen nichts davon. Ah, ja. Gehen wir mal wieder. Bevor wir noch unsere Seelen an Teufel verkaufen. Was wir ja angeblich schon gemacht haben, aber... Wir wissen nicht wann und wo. Jetzt haben wir hier Dämonen getroffen, vielleicht finden wir hier noch andere Freunde. Wir wissen nicht. Ein Friedhof, na toll. Es kann da schon schief gehen. Ich habe schnell ein Wesen. Hier liegt die Geyera-Sneak-Mutter Denise. Hier liegt die Geyera-Sneak-Mutter Denise. Mit dem Matriarch zu einer Brot von Venema-Dautern. Jund spüren ihn begrennt. Jund-Jund-Jund. Dann hier die Geyera-Sneak-Mutter-Pagan. Yo-Jund. Jund-Jund. Oh, hier können wir gleich eine Entscheidung betreiben. Diese Baumstelle wurde vandalisiert und jetzt sagt, Dein Geld ist nicht wichtig, wenn du tot bist, Prick. Ja, das machen wir lieber nicht, bevor die... ... bevor die überfachtet werden. Wir haben eine Wache hier in der Nähe. Okay, ich will es ausprobieren. Wir schaufeln ihn aus. Ja. Ich will... Ich... ich... Ich will es mal... ... wach... für kommunale Use, it seems. Best show some respect, or some more cunning. L. Brenton, beloved. Unser Liebling. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Kramscher, N. K. Wird there like some flowers? They do wonder, brightening up a grave. I bring fresh ones to my husband every few days. Dorn and Doom Peridora and Flust, I would like to sing The Dorn and Doom. I have to start The Dorn and Doom. Of course. Wau, but they cost a lot. That's yeah, balsam. Trank der Mächte in Heilung, wow, ok, 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 kann man da was tauschen? Es ist noch ein Fünf. Ja, ich glaube, es ist noch ein Fünf. komm zurück! Du wirst noch frischer finden! In diesem Stahl wie im Ruf kriegt keiner mit in diesem Stahl Mausoleum Andreas Lothar Lieber von Cirolalli Wir müssen deine Hertha warm halten Sie haben das Stitt von Gero und Thor im Mögelzent in dem Frunerquino Oh, wenn er weggehe von den Toten, sicher die Luft ist rein, du bist ein Kind, ist das wirklich eine gute Idee, was du tust, lass es immer, gieß es kein Stier. Wie können wir die Toten reden, wir haben deine Möglichkeit, das wird man mal versuchen. Warte eine Sekunde. Welches können wir das hinkriegen? Natürlich nicht. Eins. Eins. Ach. Na, gucken, die sind drei. Ja, das ist krankig. Oh, äh. Ach du Scheiße. Alle wiederbelebt. Ach du heilige Scheiße. Ähm. Die Toten greifen an. Das Kind beschützen. Ich bin bereit. nicht wieder schlafen und auch zombies und das am tag und die wieder schlafen und die zombies seiten aber wieder aus ich hoffe die kleine kriegst ab das hat sie nicht verdient nee das brauchen wir für den großen spirituelle waffe okay die haut ordentlich zu den großen müssen wir ausschalten gut dass wir hier gespeichert haben nehmen und den karp ausbuddeln okay karl auf die nosen gerade die infanatische maschine aktiviert und jetzt abgekühlt und jetzt wieder erhitzen ja vielleicht nicht so gut wir müssen die kleine umgeschützten die 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 sterben die die schläge schläge das gibt es ja nicht mit hin das gibt es ja nicht jetzt die kleine hier was auch anders kosten mag und die waffe ist gar nicht schlecht auch und da kommt nachschub fantastisch wie sollte man den großen besiegen ein ich werde wirklich viel durch oh weia wir sind eine masse an Leuten hier ist die pure masse uns wahrscheinlich Sie ist blockiert, na toll. Kliesschlag, das gefällt mir gar nicht. Ok, wenn jetzt ein bisschen füllen wir den da unten. Ah, ok, er ist besiegbar. Sehr schön. Da geht ein friedlicher Bürger drauf. Na, friedlicher nicht, aber... Ich glaube wir müssen mal hellen, das von uns selbst. Ok, zwei Problemen weniger. Ok, das ist nun wieder so, das wäre ein großer. Ah, er räumt da oben auf. Jetzt greift er mich an. Ne, er erschafft einen neuen, oh Gott. Also müssen wir ihn ausschalten. Bevor er noch mehr... ...Schnechte erzeugt. Ach du Scheiße, jetzt sind erstmal alle Zombies dran bevor, wie wir da sind. Das ist dramatisch eigentlich, finde ich. Das hat uns schon bei der Oogdame, aber dort im Schattenreich, ziemlich geschadet. Bei den Gegenden sind sie zum Glück... ...gesiegt gebraucht. Die Menge macht mir nur ein bisschen zu bedenken. Für die großen Zombies sind die nächsten lästig. Die kleinen Skeletten, die kriegen wir hin. Wollen wir mich gerade rassen um den großen. Na komm. Darf ich ihn nicht angreifen, oder was? Was, bewegt er sich wieder zurück, oder was? Das ist doch nicht wahr. Fehlschlag, fantastisch. Das war nicht schlecht. Malach geht es nicht gut. Na toll. Heiler und attackiert. Versuch, direkt zu kommen. Ich muss das Kind irgendwie schützen. Sehr schön. Vor allem bei den großen hier. Oh, der steht noch. Der steht noch. Die brauchen die Hunden mal Hilfe. Sehr schön. Vor allem bei den großen hier. Das endet gleich dramatisch. Okay. Die sind irgendwie gebannt. Von einem Zauber. Ich bin dran. Ich bin dran. Oder was? Nee, bin ich nicht. Die Skeletze sind dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wir müssen hier runter, um hier rumzuzappeln. Umso besser für uns. Ich bin dran. Das ist aber ganz schön was da los. Gut. Ob wir so viel absehen können. Mir geht es schon schlecht. Ist der denn gar nicht zu tot zu kriegen? Alter Schwede, wenn der sich immer wieder schützt. Dann kriegen wir den nie auf die... ...und fehlschnappt. Fantastisch. Ich muss hier die kleinen abstechen. Ich werde das jetzt wieder schützt. Ich werde die 1-2-2-4-3-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6. Ich habe mich über den Schubel. Ich habe mich über den Schubel. Ich bin der Schubel, der Schubel. Ich bin der Schubel, der Schubel, der Schubel. Na komm, den Großen hier noch. Verdammt. Einzelne wieder blockiert. Sehr schön. Und ein Neuer kommt dazu. Und jede Runde nur noch er dazu kommt. Müssen wir auch schnell seine Mouth schalten. So passiert nicht. Wir kämpfen gegen den ganzen Friedhof. Das ist schon ein bisschen scheiße. Im Parallel gegen den Großen. Den haben wir auch nicht fertig bekommen. Na komm, macht fertig. Zu Kalach weiter. Auf den Großen. Jetzt noch viel schlafen. Ja toll. Ah, na toll. Ein Vielschlag. Wie ich vier Schläge hasse. Die Runde war ja nicht so gut. Ah, hier sterben ein paar. Oh, er kommt. Und langsam wird es weniger. Okay, die Kleine lebt noch. Das ist gut. Große Wüte, das ist ein mächtiger Gegner. Wenn wir uns nicht alle auf den konzentrieren, wird es glaube ich am Ende nichts. Viel Schlag, natürlich. Sie ist gut im Kampf. Oh, großartig. Ich muss mich nicht selbst heilen. Das hat hier nicht so viel gebracht. Manche Runden sind bei uns echt hardcore scheiße. Und dann, das werden wir doch wohl schaffen. Ich weiss, wir haben eine Münze mit dabei. Weil die bin ich da nicht. Ich will mich nicht verschwenden für diesen Kampf. Ach komm. Ich versuche mal auch was. Ein Fließchlag. Großartig. Ich glaube, die unteren Stufen der Erinnerung bringen mir gar nichts mehr. Der letzte ist damit beschäftigt, die Hunden zu mezzeln. Denn sie hat mich in den Kopf ausgemacht. Das hätte noch erschreckend wenig dauern. Vielleicht, dass diese Rüstung irgendwie nicht durchkriegen. Das verdammte Rüstung müssen wir doch irgendwann mal da rumkriegen. Ah, das muss natürlich ein Vierschlag sein, dass wir es hätten können. Oh nein, sie ist tot. Das war eine große Hilfe dabei. Kampf. Das war ja fantastisch scheiße. Das war doch doch. Das war ein Munix. Ah, was für ein weniger. Wir haben schon Helm Friedhofer genetzelt. Was darf ich mit so einem Sterben? Ich bin wirklich am Sterben, aber... ...der den hat endlich down gekriegt. Verdammt. Und der steht noch. Fantastisch. Gut, dass das Mädchen noch steht. Als ob der noch steht. Ah, das wird echt weh bringen. Ich hasse, dass wir dann noch ein HP haben. Und dann sowas passiert. Und dann geht der SS-Team und geht auch mal down. Und das zweite Folge zugleich, oh Gott. Oh Gott. Ob wir den Großen noch down kriegen. Warum steht denn der noch? Das soll zweimal nachschlagen. Kritscher fehlschlagen, na sowas liebe ich. Und wir können auch hier nicht nach dem, wo wir das schon erreicht haben. Wir können uns... ...verlieren. Ah, kommt Leute. Das kann auch nicht wahr sein. Okay, wieder einer tot. Und der steht noch. Wir brauchen bald den toten Beleber, um unser Team wieder zu beleben. Um die nicht irgendwie wieder... Wir haben doch irgendwie... Wir haben doch... Wiederbelebungsrollen. Wir haben die schon verbraucht. Was ist denn immer noch stehen. Das denn immer noch stehen. Damit haben wir den Zug verbraucht. Das ist ja ein bisschen scheiße. Ah, großartig. Der ist wieder down. Der geht gerade auch down. Oh Gott. Wir schaffen das nicht. Von gegen den Großen. Der steht noch fast komplett. Wir haben noch kaum einen Kratzer bekommen. Aber ein netter Versuch. Wir wissen, dass wir gegen Zoe N noch nicht gewappnet sind. Oh Karl, er ist tot. Oh, da kommen noch mehr große Güter. Der ist hoffnungslos. Wir sollen den jetzt... ...den Großen ausschalten. Wir warten jetzt noch drauf, bis wir tot sind. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Wenn der jetzt ja alleine kämpft. Wir versuchen auf den Weg noch zum Glück. Wir brauchen den Weg. Wir brauchen den Weg. Oh, Astarin ist tot. Ja, jetzt müssen wir die neue Naden. Ein netter Versuch. Wir haben es weit gebracht. Wir brauchen den Weg. Wir brauchen den Weg. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich verarschen, oder? Ja. Das Leben reicht halt auch. Oh. Genug letzte am Leben. Einen anderen gestorben. Tot. Welche von den fucking Skeletten besiegt. Oh, da steht noch, wie ich das hasse. Na, warum machst du zu Ende? Zumindest haben wir sie noch. Mich ist lange befreit. Nice try. Das das Spiel immer so überfordert ist davon, dass wir neu laden müssen. Das es neu laden muss. Ach, große Güter. Ich liebe dieses Spiel so, aber es ist manchmal auch echt, ach. Es hängt sich dann hier mit dem Ladebildschirm auf. Ist echt. Manchmal. 6,5 Stunden später. Jetzt können wir dazu mal reden. Was du auch tust, lass es mal. Es ist kein Spiel. Genau das. Jetzt können wir das. Es ist besser als der Murtark. Was ist das? Was ist das? Ich will mal Folgendes machen. Äh. Ja nicht dort hin direkt, aber. Ich würde es eigentlich da drüben hinfallen lassen. Okay, haben wir mal ein Alchemie-Zutaten-Set. Egal. Ich hoffe, da passiert nichts Böses, wenn wir jetzt hier eine 4. Na toll. Wir machen weiter Grabständigung und brechen ins Mausoleum ein. Oh, das ist 20. Da geht es hinunter. Hoffentlich keinen Kampf. Die Kleine hat sich nicht wiederbelebt. Irgendwo altes Mausoleum. Grabfüllerei. Ach, es ist trappend. So, damit dann nehmen wir keine Widerung. Du fühlst allerdings schon. Schaffelt. Mit dem Schlüssel. Äh, dann sollten wir mal hier raus. Was? Manchmal ist keiner mitgeregt. Unsere Schandtaten. Wollen wir doch hoffen. Wir haben Schlüssel gefunden. Wollen wir doch hoffen. Wollen wir den gesteckt? Jetzt. Dann habe ich den Schlüsselbund gepackert. Kann man nicht stacken. Schriftrolle wiederbeleben. Das ist gut. Dann haben wir 10 von. Dann kriegt jetzt jeder mindestens eine. Hier. Wenn wir im Kampf hier mal wirklich. Den anderen wiederbeleben können. Okay. Was können wir noch schändigen? Die machen eigentlich gar keinen bösen Wunderbar. Oh. Oh, yeah. Der Mann schnippt ins Heidel. Gernotor. Han assassin. Ich gч. Ah ha. Ich kenne ich meinen Namen. Die Arme. Ich kenne sie auch bei Farbe. Der ist doch wieder schwarzes. Zölkhaus Verschlossen Okay Gut Ein Erdhofen Antunio Bongo Proud father of Wolverine Remembered by the sun Westerammerwicht All the highly appreciated Are always in charge of the creature Oh god Schade Noch mehr Mausoleen Hier ist noch eins Ich glaube noch mal Inzwischen machen wir Rune Mausoleum Oh je wei Was kommt hier rum Totenhalle Lilly My sweet girl Would man hier oben noch zeigen Do not stem your cries So No Scream Do what you must In the tangles of grief I will leave you for now But I shall not I am not leaving until Lily Has a God's damned copy I am sorry But a baby girl A baby A child I am sorry I'm sorry If you are here for a burial Good luck The carpenter is around that claim There is a backlog We asked for a child sized coffin But I said it will take a month Ihr habt ein Kind verloren, das tut mir leid. Oh Gott, das ist mal grauersam. Zehn Jahre. Kinderfriedhöfe, das finde ich auch mal brutal. Also dreijähriges und zweijähriges, die hätte die Welt noch nicht gesehen. Oha, was haben wir hier? Tuch. Woher weißt du das? Auf mir alter Sank. Klettern. Einmal reinlegen. Irgendwie schwarz gemächt hat er. Das tut mir lieber an. Das doppelt hier, da darf man nicht rein. Da machen wir natürlich die Headform. Wir konnten noch ein paar Mausoleen. Oder auch nicht. Ich hoffe doch, das wird Folgen haben. Ich hoffe doch, das wird Folgen haben. Das ist wahrscheinlich aber wie immer nicht. Oha. Kaputter Sank von Frag. Müssen wir nicht öffnen. Der ist schon offen. Soviel dazu. Oh nein. Oh nein. Das ist ein Hundefriedhof. Oh nein. Oh nein. Hundis. Ich habe nicht gespeichert. Das... ach du Scheiße. Das gibt Heldkommentar unter meinem Video. Hundeführer. Ach du Scheiße. Was haben wir gemacht? Hundegaster töten. Ah. 150 Karmapunker. Minus. Frags. Gut. Diesen Part habt ihr nicht gesehen. Ich werde nicht geben. Der hat nie existiert. Ich freue mich auf den X Shitstorm. Ach. Oh wei. Ich wollte mich heute ein bisschen austoben. Und die haben mich zuerst angegriffen. Ja klar, ich habe deren Grab gemacht, aber... Kritscher Treffer, oh je. Hm, let's play. Kritscher Fehlschlag, na toll. Zina, die haben Namen, oh Gott. Und ich habe noch über Bonk gelacht. Es ist mein Spiel, Leute. Es ist ein Spiel. Es sind keine echten Wundegeister. 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 Oh je. I will not know failure. Can't even catch my breath. Light on my feet. Ich habe mich auf, schnell! 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 Mein Arm ist verdient! Keine Frage! Ich habe mich auf, schnell! Ich habe mich auf, schnell! und ... du bist schon ... Oh weia. Das ist dein Ende. Nichts wird in meinem Weg stehen. Cutting to the chase. Fisch. Wir kriegen aber keine Armbrust mehr. Hast du keine Fun gesagt? Nein. Nicht ganz so glorreicher Sieg. Gehrenkopf. Stilgräber sind das. Das habe ich nicht gesehen. Schauen wir uns. Da liegt noch den Knighted und Gold ist ... Oh nein. Den Ball. Oh man, ist fein zu sein. Später. Den stellen wir uns im Lager auf als Mahnschild, also schnell legen wir uns da irgendwo hin. In der Zukunft keine solchen grünen Entscheidungen mehr mache. Damit gehen müssen. Ihr könnt mich dafür hassen, ich habe Verständnis dafür. Oh, das sieht aus wie ein Teppich. Kann man ihn als Feuer legen, damit es so friedlich aussieht. Hoffentlich nicht ins Feuer. Nein, ich blünder. Ich kann ihn wenigstens für anständig hin. Ich bin wenigstens weg. Ich würde ihm eine würdige Stelle hier am Feuer machen. Oder wenn das nicht geht, wenigstens irgendwie... Müssen wir in die Richtung gucken. Wie funktioniert das Spiel? Ich bin wenigstens hier. Jetzt kann ich es dir. Oh Mann. Na dann, danke fürs Zuschauen. Jeden Held und den Erfolg nicht verdient. Ach was so ist. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Bitte was? Kann man denn nicht mal in Ruhe schlafen? Peace, Bruder. Wir sind hier, um dich nach Hause zu nehmen. Der Master braucht alle sieben von uns für die Zeremonie. Komm mit uns und bleibst. Wir leben wieder. Bleibt uns vom Leib, was wir gerade davon lieben. Wie habt ihr uns gefunden? Nehmt ihn mit, wenn ihr wollt, aber seid leise zu schlafen. Das ist das. Das ist das. Das muss erzurem sein. Aber ich bin sicher, dass ich ihn nicht verletze. Ich will ihn, du siehst. Wir werden wieder leben, Astarien. Die Schmerzen auf unsere Begriffe sind mit der Krulest Macht. Sieben Spohn, sieben Sigils. Ihr Nummer 7. The final piece of the Rite. He needs us all for the Black Mass. Our fates were sealed in his writing long ago. A promise to his favorite spawn, fulfilled in the crypt beneath his palace. Das ist unsere einzige Chance, frei zu sein. Um die Jahrzehnte Slavery enden. Du wirst es nicht verletzen, Astarien. Wir haben doch gerade erst... Oh Gott. Dann muss ich ein bisschen was hier herausschneiden. Am verdientkampf über dem lernen. Let's do it. F*** yes. Ach verdammt scheiße. Der nächste Kampf. Jeder nimmt sich ein. Okay, stark. Na toll. Was das hier für Karten? Ich habe keine Ahnung, wo wir das dazu entspeichert haben. Okay. Dann muss sowas immer während... Während der langen Rast passieren. Ich wollte gerade sagen, ich halte mich ein bisschen im Hintergrund, aber... Offensichtlich nicht. Ich halte mich nicht. Ich halte mich nicht. Ich halte mich nicht. Ach, fantastisch. Ich halte mich nicht. Ich halte mich nicht. Ich halte mich nicht. Das stimmt, das sind Vampires, die können sich wieder überleben. Hey, Kitscher Treffer. Das ist sehr schön. Oh. Ich bin zurück. Das hat gerade sehr schlimm geflummert. Das war ja sehr erfolgreich. Na komm. Ach du Scheiße, ich habe da richtig zu. Irgendwie aber auch. Wow, diese Blitzen hier. Das soll wahrscheinlich ein Blitzeffekt darstellen, aber... Uff. Ich habe das vorsehen, die Gegner heben. Die Feuerhandlungen sind ja bisher sehr effektiv. Okay, hinten muss ich noch mal helfen. Okay, können wir nicht. Kitscher Fehlschlack mal toll. Und auf den Weg. Zeit für meine Glück wieder. Auf die bereitste. Okay, Feuerhandlungen sollten wir nicht mal versuchen. Es tut nichts bringen. P-Schlag. Oh, das war ein Blödsinn. P-Schlag-Line. Okay. Okay, dann bleibt noch einer. Ein bisschen Heilung. Viel Schlaf, wie Blut. Komm, schalten wir den kleinen aus. Na komm. Das war ja wohl nichts. In englisch. Puh. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, uns thingbelt. Wir suchen uns. slate undاد. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020